Auf den Punkt gebracht, es gibt nur einen Rudi Völler. Es gibt ja nur einen Rudi Völler, da haben Sie recht. Und mit Verlaub, es gibt auch nur einen Christian Streich. Ja, aber es gibt ja auch nur einen Karl Müller, das ist auch klar. Wer ist das jetzt? Ja, irgendjemand, der Karl Müller heißt.